Es geht los. Heute ist der Tag, an dem unsere dritte Tochter zur Welt kommt. Es ist schon ein sehr komisches Gefühl zu wissen, dass man in wenigen Stunden die kleine Maus in der Hand hat. In diesem wunderschönen Krankenhaus darf ich heute entbinden. Alles ist in Pink und Rosa und wer mich kennt, weiß, ich liebe Rosa über alles. Ich durfte mich dann in richtig schicke Klamotten schmeißen. Dann bin ich in so ein Zimmer gekommen, wo ich vorbereitet worden bin. Wir haben ein CTG gebracht. Mein Mann war die ganze Zeit an meiner Seite. Eigentlich hätte ich alleine gebären müssen. Aber wegen zwei wundervollen Menschen konnte mein Mann doch dabei sein. Und ich war so dankbar dafür. Ohne ihn hätte ich das echt nicht geschafft. Und um 11.37 Uhr war die Kleine dann auf der Welt.